Mir hat das super gefallen. Von mir aus hätte das auch noch viel länger gehen können, weil es war so spannend und so interessant und alle waren so lieb und es war auch echt eine lockere Atmosphäre. Also es war jetzt gar nicht so schwerwiegend, sondern es war wirklich toll. Letztes Jahr durfte ich diesen Abend moderieren. Diesmal war ich Panel Talk Gästin und durfte sogar aus meinem Buch lesen. Es war wundervoll. Es hat immer schön, wenn wir über wirklich relevante Themen für uns Frauen sprechen, so offen sprechen können und uns austauschen können. Das macht Abende wie diese so wertvoll. Ich fand es war eine coole Mischung aus irgendwie Hard Facts, aber halt auch aus persönlichen Geschichten, persönlichen Meinungen und ich hätte auf jeden Fall gern noch weitergequatscht. Auch wenn es ernste Themen waren, ich glaube wir konnten viel miteinander lachen und es hat einfach Spaß gemacht mit so vielen erfolgreichen und tollen Frauen den Abend zu verbringen. Den Panel Talk fand ich wirklich spannend. Also tolle Frauen, die dort erzählt haben und ich habe vieles mitgenommen, auch nochmal als Denkanreiz. Man kann immer viel mitnehmen von solchen Talks. Man inspiriert sich ja gegenseitig und es ist auf jeden Fall auch für mich als Mann jetzt auch hier dabei zu sein auch sehr inspirierend gewesen. Wir Frauen müssen uns viel mehr unterstützen und die Community, die heute Abend hier eingeladen war, strahlt für mich sehr viel Empowerment aus und ich hatte sehr viel Spaß heute Abend beim Networking.